und damit herzlich willkommen zu Uctuluta Küstenachter. Meine jetzt ist auch wieder falsch ausgesprochen und wir machen es rückwärts. Ich habe jetzt schon wieder Angst aber wir werden mal schauen was dabei rauskommt. Das sind jetzt noch die Leichenstrecken sag ich mal ein Anführungszeichen auch wenn die vielleicht nicht Gold werden. Aber das ist nicht so wie bei Mario Kart, dass du die Strecken erst mal zwei Millionen mal vorwärts fährst. Dann auf einmal kommt das rückwärts. Ja oder doch? Ja. Okay da muss ich einmal hart abbiegen. In Vers 2 machen wir das ganze natürlich. Jetzt war ich im Chat wieder umschreiben und musste den Start verpassen. Aber wir sind gut. Das macht uns keinen Abbruch. Wir schaffen ihn trotzdem auf Gold. So. Danach. Nachdem ihr hart rechts. Erst Kurve dann drücken. Immer wichtig. Eigentlich noch nicht mal so blöd mit 47. Zumindest Silber schon mal erhascht. Aber wir wollen Gold. Ah. Selber wie gesagt. Standard. Gold. Leg ich mir vielleicht selber auf. Jetzt haben wir auch nicht das Problem mit dem Chat im Start gehabt. Wir wollen die Kurven recht schön eng hier nehmen. Eigentlich und dass wir Angst haben müssen irgendwo hier hängen zu bleiben. Wir sollten nun nirgendwo 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 nir aber wir geben den ganzen noch mal eine chance nein 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 aber ich hab dir dann runter den darf ich probieren danke probieren wir mal den jetzt aus hoffentlich werden wir nicht zu langsam irgendwo aber hier sieht das schon sehr schnell aus ich glaube zwar immer noch nicht das war wirklich gold schaffen jetzt sehen wir den noch mal mit und machen den hier nach vorne und wir haben sogar gold geschafft das war der trick 17 direkt am start den slide nach vorne das hat uns gold eingebracht ich bedanke mich für immer fürs zusehen das war der uctoluta küstenachter wir sehen uns beim nächsten mal bis dann